Moin Leute, wir sind wieder RisingSunny, SweetNapy, wir sind wieder mit der LabMagie hier. Hallo. Hi. Und... 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 Weil wir einfach irgendwoher rennen. Gerra, du blockst mich. Ich glaube, ich habe meinen Stimp verbraucht. Du blockst mich auf Facebook. Now you're going to die. Ah ja, zweimal Pilot ist es erst mal gekommen. Geile Pennerhub. Ja. Wir haben beide gestealt. Ne, ne? Doch. Oh Gott. Was ist hier los? Granate. Ich bin jetzt auch so schlau. Kopfschuss. Alter ey. Wie wird das mal alles geklaut und anschließend werde ich von hinten geraapt. Geile Scheiße. Wollen wir auch eben alles... Na gut, ich habe selber geklaut. Okay, gut. Ich hatte wenig Leben. Das wird dich jetzt wohl überraschen. Nur mal da. Weck dich nicht. Ja. Habt ihr irgendwie alle ausgerottet? Oder? Die Klicke will ich mir reinziehen. Wir sind gesprungen. Ihr habt geschossen. Ich habe einen Grunt gekillt. Lol. Son, ich habe schon meinen Zeiten. Und ich bin... Ein Affe. Gar nichts. Ein Pilot und ein... Lol, da kämmt der da vorne, ey. Alter, das war gerade so peinlich. Ich schieße gerade mit meinem Gewehr auf eine KI drauf und treffe ihn noch nicht mal. Unde erste schon. Unde� Dunk, ja. War gerade so. Verst du etwas hier. Ich gehe alleine. Da war gerade so. Uapp, ein ganz anderm Style. Eure ganzen Zeiten sind schon da. Ja. Aber meiner Chris. Jetzt Thomas. Äh, so mehr Leute du killst, umso weniger wird deine Abbringzeit, ne? Hast du mir schon mal gesagt. Alter. Verdammt. Zerquetscht worden. Den Zeiten wollte ich gerade zerstören, Alter. Oh, mir wackelt gerade alles. Oh, mein Titans sitzt die ganze Zeit gerade nur. Mein Titan ist kaputt Ja, weil wahrscheinlich ein gegnerischer Pilot auf dem drauf ist Nein Doch, der sitzt Wie geht das denn, Alter? Ich hätte meinen laufen lassen Der ist jetzt eh kaputt Oh, der muss auch auf jeden Fall rein Ich bin auch so schlau Rennst innen rein Aber wir sind hier also am festen Guck mal die Punkte an Fast 50 mehr als die Boah, Junge, diese fucking Explosion Aber mir kommen immer alle von hinten, ey Die wollen mich von hinten nehmen Mein Titan ist kaputt Prolog beginnt und ich sterb direkt erst mal Ich bin wieder gespawnt Ja, wenn das aufgerufen wird und du kurz danach gespawnt bist Hab ich nicht gerade gekillt? Du kannst wieder spawnen Lol 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 Titan ist gleich ein Schrott Mein Titan ist Schrott Verdammt Dein Hirn ist Schrott Daniel, hinter dir Oh, fuck, wurde getötet Hab gerade Nein, ich habe keinen mitgenommen Scheiße Es ist einer im Schiff drinne Ich glaube sogar zwei Ich habe nicht erwischt Es sind glaube ich sogar zwei drinne Nein, einer nur Was? Was macht der Titan da? Der ist noch nicht mehr bei... Ich packe mir gerade am Stil Also, um... 14 Piloten 151, 148 Alter Da packe ich mir gerade an Da packe ich mir gerade am Kopf Da war gerade ein Titan, ne? Der war in der Map Auf der anderen Mapseite, ne? Ein... Ein... Verbündeter Titan Du bist gerade voll am laggen gewesen Ich aber nicht 1000 Punkte Hat man das gerade... Ich habe gerade gehört, dass ich eine Nachricht gekriegt habe? Ja, ich glaube schon, war Nö Nö So, das war es dann schon wieder mit der Folge und... Tschüss Ciao 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 Vielen Dank.